Schau mal, ihr wollt einmal so einen Schnellstopp-Dings machen. Ich hab direkt reingegangen. Saukerl. Links rum, rechts rum und vernünftige Aufmachung. Ja, da kann man mit leben. So, jetzt die Frau, Junge. Ah, Kabi-Käfer, was soll er sonst kommen? Oh, schön. Vier schmutzige Käfer. Jetzt noch ein paar Verlängerungen. Gut, ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Schade. Oh, gut bezahlt bis jetzt. Kann man nicht meckern. So eine schöne Verlängerung wäre gut. So ein paar Hände. Du kannst die Reaktion mit dem Namen werden. Ich habe ihn nicht einen Schlag. Er ist nicht bei der Erste. Aber wenn du sie es, bei der Erste. Und du kannst es nicht Quanzen. Und du kannst du meistens behalten. Der Sie ist auch nicht mit dem her. Und du kannst doch schnellst состояниer. Und du kannst dich mit dem Schlaf nicht. Je nehm dir das Reaktion. Du kannst mich nicht mehr. Das war ein. Untertitelung. BR 2018 Komm, wow, wäre top gewesen. Oh, shut up. 101 People. Füllen wir ein bisschen jetzt hier, tack tack. 10, 12 Euro. Zeig dir mal 2 an. bis 100 machen wir so vielleicht platzt der noch ein ich sag ja Team Action schon mal laufen lassen, mal gucken vielleicht macht der noch mal einen fit hier so so Musik Nicht schlecht. Eins gezeigt, dann schön durchgejaukert. So, bis 1936, dann einmal Roulette und abfahren. Jetzt kommen wir rein, wenn nicht, dann nicht nach Schlecken. Komm. Alter, mein Gott. Bessere Chance gibt es doch nicht. Schwein. Schmutziges Schwein. Vom Allerfeinsten aber. Vom Aller, Allerfeinsten. Also Drecksschmein auch genannt. Mies. Ja, ja klar. Nö, weil jetzt Roulette kommt. So Leute, 3750 gesetzt. Kessel sagt 13. Gucken wir uns die Abfahrt mal an hier. So Leute, ich bin mal hier in Kairo. Hatt ich noch 200 Kröten drauf aus dem anderen Part. Werdet aber sehen in den Videos. Vergesst auf jeden Fall das abonnieren. Nicht liken. Glocke aktivieren. Den ganzen Scheiß. Kostet alles nichts. Außer ein Abo. Juh, da war mehr auch nicht. Einmal Euro Jahresgebühr. Jaja, wär doch mal so. Alter Schwede, du hörst dich auch schon an wie ein 80-jähriger und Toter. Da sind die Ausleifer von der scheiß Dänen. Von der scheiß Erkältung. Klar. Und da jetzt gegrast. Boah, gefiltert. Klar. Kein Meter. Fängt ja schon gut an. Muss ja eigentlich direkt nachziehen in den nächsten paar Kröten. Bei mir kann er schlecht anfangen. Manchmal besser. Manchmal besser. Bei mir kann er schlecht anfangen. Ne, ne, ich spiel mal. Ich bin noch viel später an den ganzen. Ja, der kommt aber mit 8 Stück starten. Wäre nicht schlecht. Kann man mit 16 starten. Kein Handschlag mehr zu machen. Ja. Du müsst aber wenn. Dann muss der jetzt kommen. In den nächsten paar Drehs. So 5 bis 10 Drehs. Wenn er da nicht kommt. Kannst du Kairo nach Hause schicken. Ja. Und quasi auch. Was ist das denn? Guck, sag ich ja. In den nächsten 5 bis 10. 6 Stück. Sind doch schon 3 Euro, Junge. Oder? Die 7 Euro packt er nicht. Ey, was macht der? Alter. Was ist denn los mit dem hier? Hat der jetzt gleich noch einen vor hier? Oder was? Naja, klar. Ja, ja, klar. Hat er schon wieder einen vor. Wie, mit 6? Jetzt geht er auf 8. Ich knall dem jetzt eine. Immer da unten das Ding, ne? Ja, der dreht ja immer nur einen nach. Ach, das ist klar. Aber er kann ja schon vorher einen. Ja, aber für mich mal dran stehen. Das ist ja logisch. Ja, gut. Das ist natürlich die andere Sache. Dreimal drin, dreimal Arschbrand. Und. Ja, das ist ja nicht da. Da ist doch alles so leid. Ja, das ist ja nicht da. Da ist doch alles so leid. Ja, gut. Ja, das ist so leid. Ja, ich muss jetzt ein. Dann geht's mir auf dem Sack, die zwei Arschbrand. Okay. Oh, jetzt muss der rein. Einmal will ich noch gucken. Das ist ein oder höchst, ansonsten ein zweiter. Ja, wenn weiß, soll er erstmal hier so ein paar Größen geben. Auf jeden Fall. Das sieht nicht gut aus. Letzte Chance. Jetzt will ich was sehen, wenn jetzt hier wieder von Anfang nichts kommt. Hört einer auf die Mütze. Komm, Drecksau. Fünf Euro, Alter. Das ist ja ja nicht. Das ist ja nicht. Ja Leute, du bist 150, dann mach ich den Part mal dicht. Dann geh ich mit meinen Qualmen und dann mauern mal ein Part hier aus der Scheiße. Dann gucken wir mal. Noch irgendwo was geht hier. Geier doch nicht von mir. Und vorbei Leute. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein, euer Money. Und bei einem. Du bist.